Das ist Jugend-Football, Highschool-Football, auch College-Football, gewinnst du mit Buddies. Ja, genau. Da kommen wir ja zu, dass da so funktioniert College-Recruiting, du gehst nach Metrik hin, du sagst, wer ist der Größte, Schnellste, Schwerste? Ja. Und wenn du das hast, dann gehst du hin, wie gut kann der Football spielen? Genau so. Ich garantiere dir, wenn du jetzt einen 2,05 Meter großen Spieler holst, der 150 Kilo ist, der sich bewegen kann, der unter 5 Sekunden die 40 läuft, kriegt der safe in die One-Offer, ohne gespielt zu haben, weil diese Leute einfach so wichtig sind. Du hast ja die Metrik mitgebracht. Du warst ein guter Spieler, du hast ein Tape mitgebracht. Ja. Du hast gesagt, dass Coach Odenthal dir so das in den Kopf gesetzt hat. Das war aber ja nicht die Person, die ja mit dir die Offers besorgt hat oder so, sondern das war dann wer anderes. Wie hast du dann die Offers bekommen? Genau. Also das war so. Genau, dann irgendwann bin ich eben aufmerksam auf PPI-Recruits geworden, die diese Organisation eben sind, die Football-Spieler probiert ans College zu bringen, ohne eben vorher auf eine Highschool zu gehen. Und da bin ich dann erstmal zu Camps hier in Deutschland gegangen und habe mich mit dem Brandon Collier halt, sage ich mal, nicht bekannt gemacht. Und dann war das aber so, wir haben Abitur gemacht und dann war aber dieses Corona-Jahr eben, wo niemand in die USA reisen konnte oder man, ich glaube, man musste irgendwie zwei Wochen Quarantäne machen oder so. Und da habe ich mich dann eben dagegen entschieden, habe gesagt, ich trainiere nochmal ein Jahr und probiere dann nächstes Jahr nochmal auf Tour zu gehen. Habe ich dann genau so gemacht, war dann letzten Sommer auf einer College-Camp-Tour mit PPI-Recruits. Da haben wir eben gestartet in Georgia und dann war es wirklich zwei Wochen straight, alle zwei Tage in Camp geballert hintereinander. Und wie du schon sagst, wenn du da eben hinkommst mit 2,05 Meter, 140 Kilo und dann läufst du da eine 4,7 auf 40, dann hast du eben auch direkt ein Stipendium. Das ist dann auch nicht wirklich schwer in Anführungsstrichen. Aber ich bin eben da hingekommen, ich bin einigermaßen groß, aber jetzt nicht übergroß. Ich bin jetzt nicht der krasseste Athlet, der dir da eine 4,5 hinläuft. Sondern ich wusste halt, dass wenn ich ein Stipendium will, dann muss ich es durch meinen Football-Skill machen. Und diese Camps sind dann ganz lustig. Also erstmal hast du eben so 40-Yard-Dash, Broadjumps, sowas eben, diese Combine-Stuff. Und dann so Individual-Training, wo du eben so deine Indies machst. Und dann kommen die One-on-Ons. Und eigentlich in diesen Camps ist alles nur One-on-Ons. Das ist dann crazy. Also bei O-Line, D-Line ist dann so ein Riesenkreis. Die ganzen College-Trainer bilden so einen Riesenkreis. Und in der Mitte sind eben diese One-on-Ons. Und das ist wirklich wie im Zirkus. Also alle sind sich am Drängeln, alle sind sich am Vordrängeln und so. Ich bin immer einfach, ich habe einen Rap genommen. Ja, zum Beispiel rechter Defensive-Vent. Habe dann so getan, als wäre ich rausgegangen und habe mich direkt links wieder hingestellt. Um dann wieder einen Rap auf linker Defensive-Vent zu nehmen. Und so musst du es halt auch wirklich machen. Also du musst da um jeden einzelnen Rap kämpfen. Das ist, alle sind sich am Schubsen. Bereitet euch Brandon auch darauf vor. Also sagt euch das. Er sagt, ihr müsst das so und so machen. Genau, hat er auch gesagt. Aber wenn du dann da stehst, ist es trotzdem irgendwie ein bisschen schwierig. Weil es ist ja auch so ein kleines Schamgefühl, wenn du dich dann da vordrängeln musst und so. Ich habe einfach immer getan, als könnte ich nicht so gut Englisch sein. Einfach nach vorne. Aber habe nicht so richtig was gesagt. Musst du übrigens in Paris auch machen, wenn du von der Polizei angehalten wirst. Einfach so zu sagen, ich spreche kein Französisch. Ja, genau so. Und dann irgendwie einfach immer vorgegangen und so. Ja, can't speak Englisch. Irgendwie so. Und dann eben. Nur Englisch, nur Englisch. Ja, genau. Und dann, ja und dann habe ich irgendwie, hat es dann irgendwie Klick gemacht. Also nach dem ersten Camp war es noch nicht so gut. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, so jetzt, jetzt oder nie irgendwie. Und dann, ich weiß noch, das war das Camp bei SMU. Da habe ich wirklich 35 Snaps genommen, irgendwie in 15 Minuten. Also die ganze Zeit One-on-Ons gemacht. Wie viele D-Liner sind da? Ja, bestimmt 50. So, und du musst dich halt wirklich so krass vordrängen. Manche hatten, glaube ich, gar keine Raps. Weißt du, wie ich meine? Aber ich habe mir dann einfach gedacht, so, scheiß drauf. Ich bin jetzt mal einmal hier, jetzt mache ich es auch irgendwie. Ich wollte gerade sagen, du, das einmal kurz einzugehen. Das habe ich beim Duncan in der letzten Folge oder in einer der Folgen geklärt. Der Duncan hat das halt wirklich so beschrieben. Duncan hat zwei Jahre lang nur trainiert, stand nicht auf dem Football-Feld, an seiner Athletik gearbeitet, an seinen Skills gearbeitet, um nachher fünf One-on-Ons zu nehmen bei einem Camp, die zu gewinnen. Und sich dadurch ein Stipendium zu verdienen und darauf arbeitest du. Das ist ja, ich sage mal, das klingt jetzt blöd, aber im Vergleich zu den Amis, die Amis haben ja immer noch ein Camp, wo sie entfangen können. Die Amis haben ja immer noch ein Game, Tape, etc. Ein Coach, der vorbeikommt. Das habt ihr nicht. Also ich finde das schon völlig gerechtfertigt. Und es ist auch völlig richtig, dass ihr das macht, weil du fliegst drüber, du zahlst auch Kohle. Deine Eltern investieren in dich. Du hast dein Leben lang, du hast nur diesen einen Moment. Das macht es so special, das macht es so spannend. Es ist dieser eine Rap dann vielleicht gegen einen O-Liner. Ja, auf jeden Fall. Und ich sage auch bis heute, sage ich immer, dass dieser eine Tag bei SMU, der war 100% der schönste Tag in meinem Leben. Ja, geil. Weil es war einfach, ich habe mich da so vorgedrängelt und eigentlich bin ich gar nicht so ein Typ. Also ich lasse immer andere Leute erstmal vor eigentlich. Ich habe mich da, ich habe wirklich auf alles geschissen, bin da einfach rein so und habe mir gedacht. Und dann irgendwie, danach habe ich dann eben auch meine Stipendien, meine ersten bekommen. Ja, wie liefen die One-on-Wans denn, bevor wir zu den Stipendien kommen? Ja, genau. Ja, ich habe alles gewonnen. Also das war eben, das war wirklich der Tag. Irgendwie da hat alles gepasst.